es geht weit ja wir brauchen also es geht jetzt weiter und wir brauchen schließpulver ja jetzt haben wir schießpulver dann also wir müssen uns entscheiden shotgun money oder pistolen money ja dann machst du shotgun money das gibt shotgun money und zwar bei normal gibt es normale und normal unnormal belohnen selbst schutz war noch zu viel verballert männer ich habe doch gerade begrüßt ja ja ich habe die kurz gemacht neben was passiert hier zu glück habe ich gespeichert aber ich habe gespeichert man speichern jetzt ganz wichtig ja ich würde dann hochgehen was mit dem schlüssel mal versuchen ich muss mich jetzt nicht unnötig aufbringen okay ich würde ich würde hochgehen rechts weil wir die doch schlüssel haben gegen schlüssel ja dann gucken was wir da noch finden scheiße jetzt sagen viel money ist ja jetzt musst du jetzt musst du spät also zu umdrehen ich sag's doch auch ok ok was kannst du damit machen kombinieren auf jeden fall guckst du genau an ja ganz genau vielleicht steht da irgendwo wieder was ok kann man die mit der pistole kombinieren keine ahnung was mit der shotgun mit der mag weg kombinieren mit was mit der pistole lol hä 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 das sieht voll komisch aus jetzt haben sie eine maschinenpistole ja ja al ja the fuck ok du hast ein monster geschafft also den schlüssel kannst du wegwerfen ne by the way den schlüssel kannst du wegwerfen by the way nein nein den legst du schön in die kiste es kommt da nichts neues rein ne alles klar das tut weh was kannst du eigentlich bei der pistole machen also dreier sein kannst du jetzt einfach hast ein mg gebaut ey äh das hilft uns jetzt aber nicht viel sehr weiter ja was runter dann irgendwie hoch ja was war das was war das was war das wir können nur irgendwas wir müssen der schlüssel ist der transformator raum wir kommen irgendwie wieder zurück zu marvin ich will marvin wiedersehen ok marvin marvin achso unser freund der schwarze will ich noch weg nein natürlich schwarze sterben nie zuerst nein ok hier war doch gerade einer der aufgemacht hatte der wie kommen wir da hin das ist doch berlin an den weg an den hinweiden oder war doch irgendwas in den im truss aber da stand ja nicht drin dass wir da hin müssen sondern wir müssen den typen der da irgendwie drin ist oder so der im uhrenturm arbeitet wo ja heißt ja nicht dass wir auch in den uhrenturm rein müssen ja gut aber wo ist der typ der im uhrenturm arbeitet das ist die tippe nachleicht die müssen nicht mehr am schießstand sieht der auch die Tür ne ne also guck mal die Tür wieder ist die verschlossen ähm wir müssen noch mal im Traforum gucken oder so oder die ja haben wir so rum oder vielleicht auch was mit der Leichenhalle triggern mit den ganzen Zellen die ganzen Leichen wer ist denn die Dinger? Leichenpächer oder irgendwie sowas also es kann auch sein dass wir irgendwie ich mein wir können noch im Traforum oder irgendwas machen wir können halt die ganze Zeit die Dinger einfach rum durch den Zwinger durch so 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 ne 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 das waren meine Hunde ne 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 Das ist jetzt die Leichenhalle. Ich will mal gucken, ob du noch irgendwas mit dem Transformator machen kannst. Vielleicht musst du aber doch wirklich alles rausziehen. Danke, ja. Die lassen das mal so. Mach die mal so. Warte, warte, warte. Mach den einmal. Kannst du dich so schieben und dabei währenddessen loslassen, dass die dann irgendwie alle in der gleichen... ...gleichen Abstimm sind. Nee, das wird auch nichts bringen. Ja, natürlich. Ich wollte doch immer. Es macht einfach keinen Sinn, dass die Türen unter dem Spiel weit geöffnet sind, je nachdem du die rausziehst. Nee, vor allem da ist ja nichts drin. Was zum? Wie was zum? Das schreckt mich doch nicht. Was zum? Ein leeres Fach. Okay, ja, dann, dann, dann. Gehörten wir das da raus? Nein. Nicht? Geh mal für den Drachsvermachtraum. Wir müssen noch gucken, ob wir da irgendwas machen können. Komm, jetzt ist das neu raus? Ja. Neu, ist es rechts rum? Ja. Ja, das wird zum anderen Raum jetzt rechts. No, 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 no. No, 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 no. Oh, wir sind da. Wir müssen jetzt nochmal alles gucken. Jede Ecke. Da ist... Irgendwo ist die Dumpen. Ja, in den Wänden. Da ist der Hund. Da ist der Hund. Da ist der Hund. Hä? Warum sind die alle wieder aus? Aha, die müssen bestimmt... Die müssen im roten Bereich sein. Die müssen im roten Bereich sein. Oh, leck mich doch. Du Monster. Was macht? Nein, wir sind dumm. Weil ich jetzt ohne Muni... Ich hab die alle umgebracht, hallo. Da ist einer drin. Hallo. Der tut dir nichts. Komm schon. Der tut dir nichts. Das tut dir nichts. Okay, alles cool. Das ist mein bester Freund. Ach, der war die ganze Zeit da drin. Ja, die anderen sind tot. Und weh, die liegen jetzt wieder. Guck mal kurz in die Karte und jetzt alle roten Markettentüren und grün sind. Musik getackt? Überhaupt nicht. Ach. Ist nur gut. Ist nur gut. Ich bin gut. Das können wir nur nicht mehr kommen. Ich hab alle bitte. Wow. Wow, wow, wow. Von wo kam der denn jetzt? Ich hab noch zwei. Schiss. Oh, scheiße. Hey. Ein. Nein, noch zwei. Könntest du nicht da jetzt... Ah ne, das war in Berlin. Warte, stimmt. Hab ich jetzt echt alle umsonst da abgeknallt oder was ist los? Ja. Nein. Nein. Gibt es das so gar nichts? Lauf einfach durch die Tür, wofür ich den hinterher gehen kann Der kann über durch Jetzt nach rechts Wir gehen alle umsonst Noch mal nach rechts Und jetzt rein? Nach rechts erstmal Und dann durch und dann links Durch, 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 durch Ja, 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 ja Und jetzt links Du bist ein neues Areal Sonst geh ich wieder hoch Wenn man sich nicht mehr nix oder so legen kann, ne? Noch ein Schuss Lass bist du immer die machen, haben sie gesagt Muni! Muni! Zwei Schuss Speichern Oh Gott Erstmal alles looten Äh, Speichern Speichern Das ist mein Wert Nein Spritze? Ne? Ich hole nicht teilen Das könnte eventuell das nicht... Ne Ne ist Meek Können wir nicht nutzen Hm, wir bauen normal Schießpuder Ja! Ja! Oh mein Gott Jackpot? Jackpot? Und ich hab noch zwei Minuten Nein, noch mehr, weil wir hatten eine Pause dazwischen So eventuell Material zum Abhängen in der Kiste Mhm Ja, hab ich Weil da war ja da auch einer Und danach nochmal speichern Äh, was ist jetzt... Scout würde ich rüberschmeißen Du meinst zwar einen Hochwertspur? Ne, ne? Äh, doch doch Aber stellt man eine Mac Munition her Okay Mac ist nochmal für... Für die Waffe, die wir noch finden Die sind im Schrank Die müssen dafür diesen äh, Dongle finden Weg Äh Den, genau Weg Und für uns holen wir Wir holen uns den Film, glaube ich, oder? Wir können den Film entwickeln lassen Wo willst du irgendwie... Genau Dieses Areal ist verbunden, glaube ich, mit dem... Wenn du M drückst Siehste? Ja, okay Wir müssen also jetzt müssen da irgendwie jetzt... Was? Wir sind jetzt gerade diesen Pausenraum Wir müssen jetzt versuchen wieder hier reinzukommen in unser altes Areal Und dann können wir den Film entwickeln lassen Okay Warte Und ein Gespräch? Ist das Neue nicht Nein, nicht noch mehr, ja Ist Aktion Immer speichern, Leute Wichtig Und? Bretter Er hat noch Bretter, ne? Wo? Äh, geht zurück, geht zurück Schnell nageln, schnell nageln Die hier? Ja Hallo Du musst doch die Kiste holen Schnell Schnell Wo ist die Kiste? Achso Bevor der durchbricht Aber nur bei dem Fenster, wo der ist Nehmen einfach alle mit Bevor der durchbricht Und jetzt einfach vor dem Fenster, wo der ist Dann sparen wir Munition Oh, geil Oh, geil Es kommt immer wieder neu Hab ich gehört Ne, lass, lass, lass Scheiße Halt's Maul Halt's Maul Halt's Maul Halt's Maul Da Leertaste, Leertaste drücken Leertaste drücken Leertaste drücken Das ist ein ausgerüstes Nein Wenn du aus dem Menü rauskommst Das ist wie das Messer Leertaste Leertaste gedrückt halt So Ist er jetzt tot? Nein Ist doch geflasht Da waren wir aber Der macht doch jetzt gar nichts Der lebt sieht Ja, ist ja ok Hä? Was? Na nie Das sind übrigens die Beine von dem Polizisten Von damals, stimmt Ja Und da kommen wir jetzt die Sicherung rein Und das Messer Ausrüstmitte Ich benutze für die Stadt die Blökenanlotte Scheiße, scheiße Das Lachter, was Lachter warst du drin? Wartgen Wieso einen du nicht? Das Messer Leert den auch Alter, ist das der fucking ernst? Gibt er noch? Gibt ja Messer Genau Er hat mich gemissen Er hat mich gebeißt Er hat mich gebeißt Der überlebt das auch noch Jetzt schnell raus nehmen wir den Stützen Ist nicht ausgerüstet Ok, die Muni wird knapp Die Muni wird knapp Tschau, 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 tschau Tschau, 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 tschau Er hat mich verliegen lassen Ähm, wohin? Weiter Ähm Einfach da durch, ne? Ja Bist du zur Einigungsheit, dass wir sind? Und dann, oh Gott, dann Marvin Ja, ich hab die ganzen Muni verwandert Mario Was? Der Beste nach mir? Chris, was? Ja Ja Sorry Chris Ich hab den Namen, aber es ging jetzt nicht rum Oh Gott, jetzt müssen wir auch die ganzen Reuben suchen, wo Schüsse sind Kannst du die Namen hier? Ihr könnt's dann speichern Ja, speichern Und dann Namen besuchen Wo ist er? Ja, hinten links ist jetzt. Der war aber schon weg, oder? Marvin! Oh nein! Verdammt! Messern! Ist ja gar keine Muni mehr! Nein, das war alles besser! Das ist nix! Ah, sexy! Nein! Wir nehmen das! Und jetzt? Du musst weg, du kannst nix machen! Wir laufen zur Kiste und machen dir die Shotgun-Muni! Wir haben keine, können wir nicht, wir sind gearscht! Sicher, dass es nur die Mac-Muni ist? Ja! Zwei mal hochwertig gibt ein Mac-Muni! Wie machst du Shotgun-Muni? Hochwertig und normal! Achso! Geh zurück, geh zurück! Du kannst ihn nicht besiegen! Das ist schon peinlich! Du musst jetzt diese Türen suchen! Ich zeig dir das gleich! Achso, du wolltest den Oberdeck den einen Hund noch töten, ne? Du musst jetzt... Da lang? Da lang, ja! Du musst den anderen nix... Lauf! Lauf, du musst durchlaufen, du kannst nichts machen! Durchlaufen, durchlaufen! Lauf! 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 Ich hab nix gesagt! Lauf! 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 Kriss, du tässäck! Und Internet weg gelassen! DCM! An Warmbachraum DCM Scheisse! Okay, jetzt kannst du speichern, dann darf ich spielen! Du hast dich herfallen! Lauf! Ja, du Frass, Alter. So, ich speichern den erstmal und dann darfst du übernehmen. Das wird asozial, das wird richtig asozial. Ich halte dich erstmal. Ja, das ist ganz gut, oder? Ja, das ist die Rücke aus zwei verschiedenen Qualen. Nein, das ist komplett. Ja, bist du ja fast tot oder wollen wir nur einen? Ich würde warten. Einen kann er noch ab. Nicht bei den Dingern, glaube ich. Okay. Okay. Ich habe den Spaß ja nicht so. Nein, 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 nein. Das sind ja überall. Okay, tschüss. Ich mache den Satz. Ich mache das fast. Ich mache das fast. Ich mache das fast. Ich lasse das fast. Und ich mache das fast. Untertitelung des ZDF, 2020